heute das und mehr in diesem video ich bin uli und los geht's und damit recht herzlich willkommen zum letzten teil zum bau dieses schrottplatzes das ist der fünfte teil wenn mich nicht alles täuscht und heute werde ich endlich alles fertig stellen im hintergrund sehen wir jetzt mal ganz kurz noch mal so kleinen schwenk mit der kamera drüber das ist die beleuchtung angeklemmt und so weiter und so fort und wie das ganze natürlich zusammengesetzt wird und was da die letzten finalen schritte heute gemacht hat das möchte ich natürlich in diesem video zeigen jeden freitag 16 bin ich für euch da so auch heute und dann lassen sie auch gleich beginnen denn der schwenk wird wahrscheinlich gleich vorbei sein genau wissen auf der rechten seite angekommen ich habe das ganze mal nachtaufnahme gemacht nach zum schluss eben auch die tagaufnahmen noch und ja kommen noch schöne aufnahmen kommen noch schöne dinge auf uns zu heute hier sehen wir jetzt den rechten teil des schrottplatzes den ich euch noch gar nicht so gezeigt hatte ich habe ich muss immer den linken teil gezeigt natürlich der rechte teil ist fast genauso lang wie der linke aber wesentlich schmaler ja weil das ganze ist so konisch gebaut das geht schräg zu das sehen wir nachher in der gesamtübersicht noch mal und aber es macht sich gut es macht sich ausgesprochen gut also es hat wirklich spaß gemacht das ganze zu setzen hier sehen wir wie ich noch ein paar kleine details reinsätze die obligatorischen räder die ich in der letzten folge schon gebaut habe die ich da reingeklebt habe über ein bisschen und hier sehen wir jetzt mal ich hatte in der letzten folge angesprochen ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr wissen auf der rückseite werden die fahrzeuge unabhängig von dem weißlein den ich habe der ja nachher nahezu unsichtbar ist auch noch mal fixiert mit ja dickflüssigen sekundenkleber und den verwende ich ganz gerne den dickflüssigen der macht sich da recht gut weil das läuft nachher nicht nach vorne ansonsten hätte ich den kleber der wurde durchlaufen bis dem modell nach vorne dass wir alles auch quatsch und hier ist auch was ich angesprochen habe die autos werden jetzt nachdem sie aufgebracht sind oben sehen wir übrigens den linken teil von dem modul und unten den rechten teil die habe ich so aneinander gelegt die werden alle jetzt nass gemacht und bekommen eine schwarze wasch noch mal komplett drüber die schwarze wasch das trocknet ihr kennt selber alle die trocknet matt aus hält unglaublich noch mal nach also so dunkel wie es jetzt gerade ich mache bleibt das nicht also es ist schon irgendwo der der ja der rost nachher noch genauso zu sehen und wo ich einmal dabei war habe ich natürlich hat es ja auch schon angesprochen oben das alles noch mal mitgemacht die schrott teil noch mal mit wasch bemalt die betonsöckel noch mal mit wasch bemalt von der von der gitter mast lampe und so weiter und so fort so dass alles noch ein bisschen so eine optische tiefe rein bekommt ja wenn man das ganze irgendwie sich dann anschaut sicherlich sind es alle sachen wie ich immer wieder sagen die siehst du nachher später wahrscheinlich gar nicht wenn du drauf guckst bei der schrottplatz der ist zwar lass mich mal lügen 80 zentimeter kann ich gar nicht hier darstellt 80 zentimeter breit aber eben relativ schmal hat er ist nur so ihr seht ja jetzt hier das ist nicht wirklich groß aber es wirkt nachher noch mal ganz anders wenn es auf der modellbahn steht wenn ich im hintergrund dann die felsen stehen aber die gestaltung kommt nach übrigens auch noch zum teil mit dazu wie das alles machen und ja kommen noch einige sachen hier habe ich natürlich jetzt angefangen überall die kleinen büsche zu setzen die kleinen sträucher reinzubringen hier kommen keine oder kaum große gewächse rein das würde nicht richtig passen das einzige was hier noch fehlt was ich euch in der folge nicht zeige was ich separat mache ich glaube ich habe es moment ich habe mir hier nämlich noch so ein sieht man das ist egal so einen kleinen bagger gekauft den muss ich noch zusammenbauen der muss dann noch mit airbrush behandelt werden und der soll den schrott dann verladen auf die waggons die hier vorne nachher sieht man jetzt nicht dasselbe zum schluss nachher noch muss ja auch mit drauf kommen man kann ja nicht die ganzen ja frags oder was auch immer man da transportieren will von hand da drauf buckeln das geht ja nicht deswegen ich hatte im grunde genommen sogar noch ein gebäude gebaut was so als überlade funktion hat mit dem großen magneten dran aber ich habe mich entschieden das nicht zu machen weil es wäre dann doch zu viel irgendwo gewesen beziehungsweise kann es passieren erstens mal dass ich das gebäude was ich da gekauft habe noch für was anderes verwenden kann ich muss ja nicht den magneten dran machen sondern ich kann eben auch oder ich werde ich weiß es noch nicht vielleicht sogar den schrottplatz noch größer machen noch mehr nach vorne ziehen ist ein zweites gleis einbauen und da könnte dieser überlade überlade kran noch mal hin und zwar habe ich das deswegen nicht gemacht wahrscheinlich nicht gemacht vielleicht baue ich noch ich weiß es nicht bei der sehr abnehmbares modul ist und das macht sich ein bisschen schlecht das gleis was da vorkommt das ist nämlich fest und dieses modul was ich jetzt hier bauer wo die ganzen autos drauf sitzen das kann man eben ab machen ich wollte das ganze zwar mit magneten lösen das heißt das gebäude was da hinkommt sollte ja auch mit beleuchtung aber sollten magnete hinten dran und dann eben entsprechend ja abnehmbar sein aber ich weiß es noch nicht vielleicht baue ich war noch deswegen bin ich so ziemlich fertig mit diesem schrott modul ja ideen hat man sowieso und es bleibt wahrscheinlich auch gar nicht aus der zukunft so wie es jetzt hier zu sehen sein wird vielleicht verändert man da noch irgendwas dran und macht was wir sehen im hintergrund wieder mal mein typisches büschewachsen hier das brauche ich gar nicht näher darauf eingehen ich wurde zwar schon wieder öfters gefragt in in kommentaren für ältere videos aber auch per e mail ob ich denn welchen kleber ich verwende und welches zeug sich da alles nehme ich mache gerade ein video dazu fertig ich habe es zwar in einigen videos schon gezeigt andere werden vielleicht jetzt mit augenräumen die super mal gesehen haben aber da gehe ich noch mal auf die ganzen teile darauf ein welchen kleber ich verwende was ich für für material nehmen und 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 das wird kein großes video werden aber dann kann ich immer sagen hier guckt euch doch mal das video dazu an das wird dann wahrscheinlich nicht wahrscheinlich das wird auf meinem zweitkanal model creation zu sehen sein ich verlinke den kanal ja sowieso am ende des videos und da können dann ganz gerne ja mal schon euch anmelden wenn ihr möchtet abonnieren würde ich mich natürlich sehr freuen der kanal da ist auch gut im kommen ich freue mich drüber für meine weiß ich gar nicht acht neuen videos bin ich jetzt glaube bei 1000 knapp 1400 abonnenten ich freue mich dass ihr alle so fleißig da drüben auch reinschaut der kanal der andere der wird noch ein bisschen wachsen in zukunft das werden wir alles noch sehen aber unabhängig davon wir sind heute bei diesem video und nicht bei dem anderen video im hintergrund sehen wir schon die büsche die ich habe wachsen lassen sprießen lassen auf meiner modellbahn auf diesen diorama die bekommen alle noch so wie auch in dem diorama was ich da vorgebaut habe mit den zwei häusern die werden alle noch mal mit einer dunkleren farbe oben bemalt ja so dass die eben nicht ein einheitliches helles grün haben was sowieso nicht ganz passt auf meiner modellbahn sondern unten drunter werden die ein bisschen heller durch das wachsen lassen wird das heller dann kommt eben diese grüne farbe drauf und ganz hier oben kommt noch meine dunkelgrüne wasch so dass die büsche tatsächlich unten etwas heller sind und nach oben hin immer dunkler werden das wirkt für mich sehr natürlich wenn ich mir das anschaue kommt immer auf den videos nicht ganz so rüber aber ist nun mal so ich versuche natürlich mit den farben so echt wie möglich immer zu gestalten aber gut ihr wisst dass selber was im original vorein steht dass sie natürlich immer noch mal ganz ganz anders aus aber es macht sich trotzdem gut hier haben wir jetzt den blick zur modellbahn da unten wo das der schwarze das schwarze loch ist da kommt der schrottplatz ja hin und habe mich jetzt erst mal den felsen hinter den kompenden schrottplatz gewidmet weil das muss auch noch gemacht werden oben sind natürlich die bahnstrecken die ich alle schon mal gezeigt habe unabhängig davon habe ich auch die felsen hinten ja schon mal vorher grob bearbeitet hat auch damals schon gesagt das wird er nicht mehr wissen dass ich das noch mal weiter bearbeiten werde so eben auch hier jetzt kommt natürlich erst mal die hellere farbe drauf die kontrastfarbe vom felsen die wurde ein bisschen kräftiger aufgetragen ihr seht schon ist also relativ viel weiß das heißt die kanten sind sehr sehr stark weiß hier habe ich mir jetzt die felsen mal auf meinen arbeitsplatz auf meinen basteltisch geholt das arbeitet sich natürlich viel viel besser die konnte ich abnehmen das sind drei teile und dann setze ich mir die einzelnen hier auf meinen platz drauf diesen jeweils ich kann es wieder nicht zeigen mein kamerabereich ist wahrscheinlich zu klein so 60 70 80 zentimeter breit kommt darauf an welches ich gerade vor mir habe und kann die natürlich hier bearbeiten hier sehen wir auch dass ich mit dem licht besser arbeiten könnte wenn ich beim film im vorigen video was ich eben kurz gebracht hatte war es ein bisschen überstrahlt ja das ist liegt einfach an der beleuchtung weil ich habe jetzt hier das ein bisschen besser beleuchten können so dass man es natürlicher sieht und ich finde das macht sich gut gerade das braun gibt jetzt den ganzen vorher war es ja mehr so schwarz grau hellgrau und durch den braun kriegst du jetzt mal so eine richtige lebendige farbe in den felsen rein und das mache ich eben wie gesagt mit zwei braun tönen habe ich einmal dieses dunkelbraun und einmal so ein erd in erdfarbe nennt sich das irgendwas in der arme ich hatte sehr kurz die kamera eben reingehalten hier sehen wir übrigens das mittlere fels modul eben war das linke hier ist das mittlere das rechte zeige ich gar nicht das ist einfach zu lang das ist so 80 zentimeter oder meter glaube ich weiß es gar nicht relativ lang und das kriege ich sowieso nicht drauf ich kann über so ein paar details immer hier drauf bringen die gehen immer nach rechts immer noch weiter und ich denke mal das macht sich ganz gut also mit diesen im hintergrund dunkle farben reinzubringen hier habe ich jetzt die die grüne farbe wird sich vorhin auch auf die büsche drauf gemalt habe so dass ich eben die nasseren bereiche wo ich sagen könnte hier ist alles ein bisschen feuchter vielleicht oder der felsen wäre nasser oder feuchter da ist eben moos drin oder was weiß ich und das mache ich immer dann mit dunkelgrün ist auf dem video immer nicht ganz so ist halt so ja und das springt ein später auch nicht an muss dazu sagen man sagt nicht oder ist ja alles voller grün und nein das sieht man sowieso kaum weil ich jetzt zum beispiel wir sehen sich ja auch kleber auftragen und auch in die felsen in die berge also felsen in die felsen auch begrünung rein machen als alles was irgendwo relativ flaches bekommt bekommt er halt immer noch hier sehen wir jetzt das linke modul das mittlere modul da ist noch so ein spalt so auf der linken seite das ist ja die modul grenze das zieht sich ja bis unten in den in den weg da rein da sehen wir da und das kann ich eben alles so einzeln abnehmen dass ich da eben überall rankommen das ist ja eine schrank modell waren wie gesagt ich komme nirgendwo drunter ich muss ja alles abnehmen wird aber durch bepflanzung nachher unsichtbar das sieht man gar nicht mehr außer an der straße so ein kleines bisschen der spalt da kann man auto drauf stellen wenn man das wollte dann sieht man das auch nicht mehr jetzt gerade gesehen wie es abgenommen habe hier wird auch geteilt und abgenommen hier habe jetzt den stecker der reinkommt den werde ich dann anschließen hier gucke ich einfach nur wo er hinkommt wo ich ihn anbringen werde und den kann ich dann halt immer ja da wird dann festgemacht da unten drunter wird angeklemmt das zeige ich übrigens nicht wie ich das anklemme aber das ist ja jetzt wirklich keine sache wo ich sage das hilft irgendjemandem weiter wenn ich zeige wo ich das anschließe da habe ich da hinten meine meine wageltürme und das vielleicht wisst ihr das von damals noch die ich da gebaut hatte ja und jetzt sehen wir die beiden module wie sie wieder drauf kommen und dann kommen dahinter nachher die felsen das mache ich übrigens auch noch hier sehen wir dass ich mit einer foliage das kennt ja auch alle selber ist von noch glaube ich und wie ich so ein bisschen ist alles noch gestaltet im hintergrund wo ich mir denke da könnten so ein bisschen so bewuchs sein ist halt alles ein bisschen schwierig in unserer kleinen maßstabswelt zu arbeiten was das in dem fall alles so sein könnte und hier noch mal der schwenk das ist eine andere aufnahme sieht aber der erste ein bisschen ähnlich noch mal der schwenk im dunkeln nachdem ich ja die ganzen lampen angeklemmt habe mit den kabel was wir eben hatten diese werkstatt da drin wo das auto auseinandergebaut wird da kommen natürlich noch personen rein die klebe ich jetzt noch gar nicht hin ja die kommen noch gar nicht rein und wir sehen schon die außenbeleuchtung habe ich dort unten in kaltweiß gehalten werden die scheinwerfer außen habe ich in warm weiß gehalten diese beiden gitterlampen ich weiß nicht ob ich nochmal hoch schwenke ich glaube ja oder auch nicht ist ja auch egal die sind also warm weiß und hier sehen wir noch mal die detailaufnahmen hellen was ich sehr nett finde und ich denke das ganze schrottzeug das kann sich sehen lassen hier übrigens beleuchtung auch noch mal an es wirkt ein bisschen blauer als es ist also ist eigentlich normalerweise ein weißeres licht aber das ist so naja der aufnahme geschuldet wenn ich jetzt da blau filter also das blau rausnehmen würde würden die anderen farben nicht mehr stimmen aber ist ja auch egal hier sehen wir die autos und vergesst bitte nicht wirklich es handelt sich um so kleine modelle die wir jetzt hier so groß sehen aber es hat gut funktioniert also mir hat es wirklich spaß gemacht hier vorne sehen wir diese alten kann wieder die eisenbahn die habe ich da eigentlich nur hingestellt die habe ich ja nicht hingefahren da ist sogar das gleis noch getrennt weil ich das große modul vorne hoch geklappt hatte und da kann ich die gleise zurückziehen hatte ich auch schon mal wieder zu gemacht hier sehen wir jetzt wieder mit beleuchtung die hier an habe noch mal so bitte drauf sich die bansen hier vorne wo der schrott drin liegt und ja mit diesen aufnahmen würde ich sagen ist die sache abgeschlossen ich weiß noch nicht was ich als nächstes machen werde vielleicht habt ihr eine idee dann lasst mich wissen es soll noch mal davor weitergehen also eben ja einfach noch mehr schrotz platz hinkommen oder irgendwas anders ich weiß es noch nicht ich danke euch was reinschauen schaut euch bitte eins von diesen beiden videos hier oben an da würde ich mich freuen der youtube-algorithmus sowieso und schreibt ein paar nette kommentare und ein paar däumchen oder wie auch immer ich freue mich über alles macht's gut euer uli bis nächste woche tschüss